Weidmannsheil und willkommen zu einer neuen Folge Jagdleben. Verstehen statt Büffeln mit der Jagdscheinakademie. Weidmannsheil, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Jagdleben. Mein Weg zum Jagdschein. Heute wieder Verstehen statt Büffeln mit der Jagdscheinakademie. Im letzten Video bin ich auf die magische 14 beim Rehwild eingegangen. Heute folgerichtig die magische 28 beim Rotwild. Erste einfache Eselsbrücke 14 mal 2 ist 28 und das Rotwild ist circa doppelt so groß wie das Rehwild. Dementsprechend die 28 beim Rotwild. Was beim Rehwild die 14 ist, wie zum Beispiel der 14 cm lange Lauscher, ist beim Rotwild logischerweise die 28, denn die Lauscher beim Rotwild doppelt so groß, 28 cm. So ist es auch beim Rotwild, dass der P4 von 3 auf zweiteilig im Alter von 28 Monaten wechselt. Und das Rotwild ist genauso auch erst mit 28 Monaten geschlechtsreif. Und der Rothirsch, der fängt erst an unter sich zu nässen, wenn er 28 Monate alt ist. Davor nässt er quasi wie ein Tier nach hinten weg. Das war die magische 28 mit ein paar kleinen Eselsbrücken, ein paar kleinen Punkten, die ihr euch da auf jeden Fall super gut merken könnt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr lasst mir ein Abo da und einen Daumen. Schaut mal auf der Seite von der Jagdscheinakademie vorbei, sichert euch die kostenlose digitale Jungjäger-Tasche oder holt euch den Vollzugang. Und dann wünsche ich euch super viel Spaß bei Verstehen statt Büffeln und Können durch Tun und maximale Erfolge bei eurer Jägerprüfung. Horido Weidmann-Zeyer, bis demnächst. Ciao. Klicke jetzt auf den Link unter dem Video und sichere dir deinen kostenlosen Testzugang. Starte deine Jagdscheinausbildung mit Verstehen statt Büffeln und Können durch Tun.